Achtung, Stacheln, Stacheln spielen, steht denn ihr da, ich stelle euch doch schon gleich richtig auf, Jäger. Ja, was hat Black, steht da auf der falschen Seite. Black, hier, Sascha hier, Sao in der Mitte. Sascha, Stacheln. Knochensturm. Lauf, Kleine Stacheln. Lauf! Bleib zusammen, keiner läuft hinten dran hinter dem Boss oder so. Sascha tot. Ich kann genau die Winifstacheln. Auf den höchsten Spielen. Kein Heal. Bitte dann jetzt nach der Dings-Double, BR auf Han, Asrael, BR auf Sascha, der Kinscha hat er gesagt. Okay passt schon, Sascha nimmt an. Ich merke schon mal ein bissel näher, weil ich habe sie nicht in der Range. Aufgespissen, Spähle. Knochensturm kommt in 4. Wenn er jetzt drankommt, tun wir schon mal so, wenn wir dann entstanden sind. Und die Stacheln kommen. Blackfair aufgespielt, Range it is, auf Blackfair. Ja. Positionieren wir, wir laufen den Buster schon wieder entkehlen. Heroink. Aufgespissen. Und die Aufgespissen nochmal aus holen. Knochensturm kommt nochmal zusammen kuscheln. Lauf! Laos!